Die Tiere haben sich im Wald versammelt. Und zwar geht ein Gerücht rund, der Wehrwolf ist im Wald und hat eine Todesliste. Kommt der Bär und sagt, dann ist es mir scheißegal. Der Wehrwolf kann mich mal. Ich bin ein großer, starker Bär. Nächsten Morgen treffen sich die Tiere wieder und der Bär ist tot. Alle, Gott, der war bestimmt auf der Todesliste. Wie kriegen wir raus, wer noch drauf ist? Kommt der Löwe an und sagt, ich bin quasi der König vor euch allen. Vertraut mir. Ich werde euch vor dem Wehrwolf schützen. Der ist morgen nicht mehr da. Nächsten Morgen treffen sich die Tiere. Der Löwe ist tot. Natürlich totale Panik, weil der Bär und der Löwe waren die stärksten. Wer soll die Tiere im Wald vor dem Wehrwolf schützen? Kommt der Hase. Könnten wir nicht einfach fragen, wer auf der Todesliste draufsteht? Bist du bescheuert? Der Wehrwolf, der frisst uns alle. Und die Versammlung verläuft sich. Aber der Hase denkt sich, ich probier's einfach. Geht dann zum Wehrwolf ein Bau. Du, Wehrwolf. Was? Du hast doch eine Todesliste? Ja. Stehe ich da drauf? Haha. Ja. Kannst du mich runterstreichen? Klar, kein Problem. Was hatte der Hase, was alle anderen nicht hatten? Den Mut zu fragen. Und den Mut wünsche ich euch, weil wenn ich nur hier vorne stehe und babble, wird das eine Alleinunterhaltung und kein Workshop. Deswegen, ich bin Michka und willkommen zum SL-Börm-Show. SL sein ist natürlich so ein breites Thema, dass wir nicht alles heute abdecken können. Was? Was? Das war jetzt auch eher so ein bisschen Richtung SL-Einsteiger gerichtet. Aber ich denke, wir können trotzdem ein paar Fragen klären oder vielleicht noch andere Themen besprechen, wenn wir mit dem zu schnell durch sind. Schauen wir ganz einfach mal. Jetzt mache ich den grundlegenden Fehler. Ich muss mich rumdrehen, um die Agenda zu sehen, weil der Laptop nicht vor mir steht. Okay. Von der Technik her. Ich weiß, ich weiß. Leider, leider. Na gut, wir suchen es trotzdem so. Wie wählt man System oder die Plotart? Ich denke, da müssen wir in dem Kreis nicht allzu viel drüber diskutieren, weil ja, alle... Was ist denn überhaupt? Was ist ein Plot? Genau. Du hast auch schon mal Gleih-Job-Masa, oder? Nee, ich frage, das ist ein Sau, aber... Ey, das ist super. Dann ist es dein Werkshop heute! Okay. Einfach so, es gibt halt so Kriterien, die man am Anfang gerne übersieht, auf die ich jeden Fall noch mal eingehen will. Was oft gestellte Frage ist, ich habe aber keine Ideen, wo ziehe ich für eine Plotidee her und da kann ich halt nur meine Vorgehensweise schildern. Die Vorgehensweise gibt es sowieso nicht, das besprechen wir zu kurz auch nochmal. Dann, wie baut man einen Plot auf? Will ich einen Viewshot, will ich einen Manageshot oder plane ich eine epische Kampagne? Und was nicht direkt mit Plotaufbau zu tun hat, aber ein gutes Instrument zur Hilfe ist, ist die Sandbox. Macht es schon Sinn, zum Beispiel für einen Viewshot eine Sandbox zu bauen? Warum sollte ich eine Kampagne ohne Sandbox bauen? Das wären so Fragen, wo wir drauf eingehen können. Gut, dann, wie macht man NSCs ein bisschen interessanter, außer Gangster XY mit einer Knarre in der Hand oder so? Und was meiner Meinung nach sehr oft vernachlässigt wird, ist, wie gestalte ich den Schwierigkeitsgrad des Rollenspiels? Zur Agenda bisher wird irgendjemand fragen. Gut. Ich finde das ausgelöst. Kein Ding. Wir haben nicht mal Platz. Danke. Das stimmt. Bestimmt, ja. Okay. Also, wie wähle ich das System und die Plotart? Ist natürlich klar, wenn du Bock auf ein Setting hast wie Sci-Fi oder Fantasy, wird es irgendein System sein, was Sci-Fi und Fantasy unterstützt. Also erstmal das, wo der Spieler darauf Bock hat, aber natürlich auch, wo die Spieler drauf Lust haben. Es ist halt das typische Tischrunden-Rollenspiel-Thema. Wir spielen seit 20 Jahren, GSA gut, 20 Jahre sind es ältere Leute. Da gehe ich davon aus, dass sie ein bisschen miteinander kommunizieren. Aber ich gehe jetzt mal an Richtung Anfang 20, Mitte 20, wo dann der Spieler sagt, ich habe ein geiles System, das ist super, ja, wir machen mal Charaktere und dann stellt sich heraus, ja, das ist ja Horror oder das ist ja Warhammer VTK, also irgendwas, wo die Gruppe keinen Bock drauf hat. Also ist die erste Sache schon mal mit der Gruppe gut unterhalten, auf was für ein Thema haben denn die Leute Bock. Thema Gruppenvertrag schon dann wieder. Dann für ganz neue SLs ist klar, in welchem System fühle ich mich sicher genug, um zu leiten. Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt das Thema zwei Regel-SL an, also kenne ich die Regeln selbst gut genug, sondern fühle ich mich für mein Gefühl einfach angenehm genug in der Welt. Also zum Beispiel, ich behaupte von mir immer, ich bin ein ganz schlechter Horrorleiter, weil ich selbst diese Horrorstimmung nicht wirklich gut vertragen kann als Spieler. Bei Koali vertragen habe ich glaube ich bei der ersten Folge, ich glaube fünfmal ausgemacht, den nächsten Tag weiter geguckt, weil mir das einfach zu intensiv war. Aber ich fühle mich jetzt in anderen Settings und einfach, wo dann das? Sollte man, gerade wenn man jetzt sagt, wenn man will ins SL sein, reinsteigen, sollte man sich da vom Anschluss vor mal Gedanken machen. Dann ganz klar, wenn ich einen Plot aufbaue, wo liegt das Interesse meiner Spieler? Sind das alles Leute, die den ganzen Tag rätseln wollen oder die nur Würfel schlachten und Munster schnetzeln wollen? Dann sollte man sich überlegen, ob man mit so Spielern spielen will. Aber das ist dann für jeden SL sollte sich das erstmal überlegen. oder komplexe soziale Interaktionen wie bei L5R zum Beispiel. Dann wieder das Thema Gruppenvertrag gibt es Go's und No-Go's, also nicht nur die sozialen No-Go's unserer Gesellschaft, sondern hat mich wirklich spielert, irgendwas ganz hart triggert. Ich denke, wenn man die Rise of the Moon-Words-Folge, wo man Spinnen gehen sollte und der Eleonore das war einfach weg, weil das Wort Spinne fiel. Das sollte man vorher ansprechen. Definitiv. Habt ihr Fragen? Das ist die Intro-Geschichte, die ich mitbekomme. Ich habe motiviert, Fragen zu stellen, wenn welche da sind. Ja, keine Sorge, ich bin da nicht so schön. Ja, kein Ding. Habe ich mir auch nicht gedacht von hier. Okay, natürlich ist es auch bei euch die ganzen Zinsfeld. Das kann ich sowieso nicht. Vielleicht mal so als Diskussionsfrage in die Runde. Wohin hattet ihr Plotideen, wenn ihr Plots aufbaut? Ist es generell, ich gucke am liebsten Richtung Filme, wenn ich Richtung World of Darkness mache oder ich gucke lieber in Märchenbücher, wenn ich was Richtung Changeling mache. Habt ihr eine eigene Quelle? Ja, Frieda? Bei mir ist das tatsächlich ein Mix aus wie ziemlich allen. Ich habe Ideen aus Büchern, die ich als Kinder gelesen habe. Da fallen Songs mit rein, die mir emotionale Emotionen ausgelöst haben aus irgendwelchen Gründen. Da fallen lustige Ideen ein, die ich um drei Uhr nachts habe, wenn ich dann aufwache und denke, das ist voll die coole Idee, die muss ich jetzt irgendwo aufschreiben, weil um sechs Uhr erinnert mich nicht mehr dran. Da fallen aber auch so Dinge rein, wie die Charaktergeschichte von meinen Spielern. Ich versuche immer, einen Global Plot zu haben und den Rest an Plot und Plot-Hobus auf der Hintergrundgeschichte meiner Spieler aufzubauen. Damit die Welt von ihnen geprägt wird und sie durch die Welt geprägt sind. Du hast jetzt in a nutshell meinen Vortrag gemacht, wir können einen packen. Also, das wäre mir der wichtigste Punkt. Also, weil du das jetzt auch mit dem, wenn ich nachts aufwache habe, eine Idee, du hast mit bestimmten Zetteln und Stiften im Bett liegen. Ja. Also, genau das ist der Punkt. Es gibt auch wieder hier nicht, ihr müsst Plot-Ideen aus Filmen oder aus Büchern nehmen. Klar kann man das machen. Man kann auch vorgefertigte Abenteuer nehmen, Kapitel daraus, Kapitel daraus sich das zusammenbauen. Aber einfach, was ich für euch natürlich und gut anfühle, das ist immer die Antwort. Was ich auch gerne gemacht habe oder auch noch mache, ist, wenn ich dieselbe Erfahrung als Schüler hatte bei bestimmten Abenteuern, wo mir irgendwas nicht so gepasst hat oder merkte, das hätte man vielleicht, das hätte ich vielleicht anders gemacht, dass ich das Abenteuer dann selber nochmal spiele, wie ich es gerne erlebt hätte. Ja, ja. Das ist einfach so. Ja. Schwergefährd. Fetch? Wo ich auch nach der ganzen Zeit des Leitens ein großer Fan von geworden bin, sind Plot-Tabellen und Plot-Generator. Wenn ich dann irgendwie sage, heute Abend ist eine Runde, ich brauche noch irgendwie kurz Abenteuer, aber ich habe keine Idee oder manchmal auch Tage vorher, war das eigentlich gut im Setting drin, aber für die konkrete Gruppe fällt einem irgendwie gerade nichts ein. Da gibt es da wunderbare Tabellen, wo man dann die Eckpunkte auswürfen kann. Die haben mir dann gleich auch schon gereicht, dass dann mehr und mehr das Bild entstanden ist. Im besten Fall ist da sogar eine kleine Kampagne daraus geworden, aus einem ausgewürfteten Abenteuer. Ja. Ich muss sagen, was mir damals den Einstieg in das SL durch Plotten erleichtert hat, war ein Zitat von Sedented, in meiner ganz, ganz Anfängerzeit, wo ich nur Zuschauer war und unglaubliches Fangirl, wo er gesagt hat, klaut wie die Raben. Und das habe ich mir einfach zu Herzen genommen. Ich habe tatsächlich meine ersten Plots einfach nur aus Dingen zusammen geklaut. Und darüber hinaus habe ich dann gemerkt, okay, in die Richtung kann ich Dinge gut entwickeln, in der Richtung habe ich Probleme, da brauche ich mehr Inspiration oder weniger oder ich brauche jemand anderes, weil der sich dann gut auskennt. Und das hat mir den Einstieg unglaublich erleichtert, hat mir auch die Angst genommen, weil ich quasi so eine Erlaubnis hatte, dass ich gesagt habe, du musst jetzt nicht die Welt von Null auf erfinden, du brauchst nicht das Rad. Richtig. Also weil du gerade auch bei Zitaten warst, Dente bricht dich, für mich ist ein ganz großes Zitat von Frank Vogt, wenn ich das auf die Cloud-Allegorie ziehe, Cloud im Leben. Wenn ihr durchs Leben geht, schaut euch Sachen genau an, wie ich hatte heute Morgen ein absolutes Paradebeispiel für eine Plot-Situation. Ich war mit Koali hier an den Reifenplatten bei einer Werkstatt. Wir kamen da an, der ganze Hof voll alter Autos, okay, das ist eine etwas rustikalere Werkstatt. Und Koali ging rein, da gingen zwei Tore auf, da kamen halt zwei Männer, absolute Stereotypen des deutsch-russischen Handwerkers, beziehungsweise Mechanikers raus, haben sich auch auf Russisch in Gossen-Sprache begrüßt. Ich so, okay, das ist quasi schon eine Vorlage für Plot. Dann kam dann der Vater von ihm wahrscheinlich aus einer Tür, die Latze-Rose an einer Seite offen runterhängen mit einem Pitbull dabei, hat mit dem Pitbull gespielt, der hat nach Alkohol gerochen ohne Ende, also bessere Plotvorlagen oder Situationsvorlagen kann man nicht kriegen. Super, super gut. Also ja, aber klar, nochmal an die, wie du es ja schon gesagt hast, Filme, Bücher, was auch immer euch passt, was euch greift. Wenn ihr viel lest, werdet ihr wahrscheinlich mehr Plotideen aus Büchern kriegen, wenn ihr viele Filme guckt. Wahrscheinlich daher. Aber einfach versperrt euch nicht. Oder für die, die es dann ein bisschen theoretischer haben wollen, die 36 Plots von Carlo Gotzi. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Es gibt quasi nur diese 36 Plotideen im Grundgerüst. Mehr Geschichten gibt es nicht. Der hat die mal beschrieben, kann man googeln. Gibt es leider nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Aber das ist halt jedes Buch, jeder Film, ist auf eine dieser Plotideen zurückzuführen. Jetzt bin ich ja versucht, das zu berühmter was zu finden und mir noch eine einfällt. Challenge, Challenge auf jeden Fall. Das schwert mich an denen jetzt auch. Das kann ich nur den 36 geben. Challenge. Oder halt in unserer Gemeinschaft nenne ich es mal, es gibt so viele Streams, da gibt es bestimmt irgendeine Plotidee, die man eins zu eins verwenden kann, wieder verwenden kann. Also, da Plotidee. Das ist das Event für ein Nordpol, so 36 Plotidee und sollen halt alle einmal antworten. Ja, warum? Genau. Das wäre cool. Wäre länger als ein Monat? Machte Mischke schon eine Heidi-Hit. Ja, ja. Gut, wie baut man Plot auf? Ich habe es jetzt mal Fewshot genannt, weil Oneshot ist ja das Band-Word. Das nutzt man nicht mehr. Oneshot in drei Akten. Ja, das ist auch gut. Aber da musst du ja vorher wissen, dass es drei Akte sind. Das sind jetzt auch wieder alles nur, ich sag mal, Richtlinien, keine Gesetze. Das kann jeder wieder, wie es sich für euch gut anfühlt und wie ihr das wollt. Wenn ihr sagt, wir machen einen Oneshot, also ich habe jetzt aufgeschrieben, Charaktere sollten sich kennen oder in der Situation starten, wie sie zusammenarbeiten, zwingend. Bordered Arrow in der Setbox. Also zum Beispiel klassische Cthulhu, ihr seid auf dem Schiff oder im Zug mitten in der Nacht und so weiter und so fort. Aber wenn ihr sagt, nee, von meinem Oneshot ist der wichtigste Teil, dass die Charaktere erst mal sozial interagieren und sich kennenlernen, ja gut, dann passt das zu dem Abenteuer. Das ist natürlich klar. Eine begrenzte Anzahl von Schlüsselzähnen, also sich nicht denken, ich habe 20 pro Antagonisten und die müssen den jeden Mal kennenlernen, das geht in den Oneshot schon gar nicht rein. Also da sollte man eine klare Struktur, wenig NSCs ist jetzt mal relativ gesagt, aber halt auch nicht zu viel Material, weil Spieler, man kennt diese Spezies ja, laufen ja nie sofort dem hinterher, was man denkt oder was man möchte, sondern die suchen sie erst, was für sie, aus welchem Grund auch immer interessant ist. Und da müssen wir halt einfach die Anzahl von Angriffspunkten ein bisschen begrenzen, wenn man halt wirklich sagt, es soll ein One-Two-Shot werden, ich habe da Zeitdruck, ich habe da Con, was auch immer. Ganz klar, so ist jetzt so eine ganz klassische Oneshot-Situation, die wir bei uns auf der Con, definitiv. Ebenso halt auch, wie eben schon gesagt, begrenzte Anzahl von Verflechtungen mit NSCs. Wenn dann in diesem One-Shot rauskommt, dass zwei NSCs oder bei uns war es gestern SC und ein NSC eine Bindung haben oder eine Feindschaft haben, dann gibt das der Sache natürlich mehr PEP, weil es sich realer anführt. Aber wenn man da dann fünf, sechs, sieben, acht Netzwerkteile draus macht, ist es halt für einen One-Shot zu komplex. Genau, und begrenzte Anzahl von Point of Interest. Ist ja so klar, wenn ich jetzt ein Western-Setting spiele und ich habe dann, sagen wir mal, eine Saloon, ein Gefängnis und ein Waffenladen. Das wäre für einen One-Shot schon so, abgesehen von den ganz normalen Häusern, die da sind, das wären einfach so die Point of Interest das Maximum. Wenn ich jetzt sage, ich habe da aber noch eine Goldmine und ein Räuberlager und einen Indianer-Friedhof, dann weiß ich schon, das wird kein One-Shot mehr. Und den Puff. Und den Puff, ja. Das kann man natürlich auch sagen. Dann wüsste ich als Leitershot, es wird kein One-Shot mehr und ich würde mir auch als Spieler ganz ehrlich verarscht vorkommen, weil ich sage, mein Leitershot ist ein One-Shot und wir haben so viele geile Sachen, die ich gerne alle sehen würde und ich komme wieder zu. Also das ist natürlich auch immer so ein Ding, was für ein Erfolgserlebnis will ich nach dem Setting bei den Spielern hinterlassen. Sollen die sagen, jo, wir haben die Sache, wir lösen oder da ist noch offen, da ist noch offen, da ist noch offen, das ist irgendwie so wie eine halbfertig gessene Pizza, ich muss aber nach Hause, ich bin aber satt. Pizza. Pizza. Das ist ein Plot, den ich für einen eigentlichen One-Shot, das wurde dann ein Three-Shot, im DSA gemacht habe, gestrandet auf den Waldinseln und das war halt genau, also das ist Excel für diejenigen, die das vom Programm nicht sofort sehen, das war mein Plot, also in Excel-Kästchen, gemalte Karten mit ein paar Wörtern drin, fertig. Der Rest konnten die Spieler laufen und nicht machen. Ich habe mir natürlich überlegt, okay, es muss Subplots geben, irgendwie müssen die sich ja kennenlernen und auf diese Insel kommen. Ich finde es jetzt doof, wenn ich sage, ihr wacht alle auf und ihr liegt am Strand und euch guckt ein Bär an oder so. Dann denke ich auch, okay, da haben die immer noch keine Beziehung und genau das war der Punkt, wir haben den ersten Subplot, die an, beziehungsweise, ja genau, wie kommt die Gruppe auf die Insel, wir haben so zwei Szenen auf dem Schiff gemacht und da haben schon die Spieler angefangen LSC zu hassen. Das kam schon Emotionen direkt am Anfang mit rein zu, super. Ich hatte so viel Spaß. Nicht nur die Spieler, ich sage, da ist echt Elisabeth, ich kann ja mit. Ja, gut, das muss ich wissen. Ja, das muss ich wissen, ganz genau. Ja, dann war es halt bei einem, ich sag mal, Castaway-Setting klar, es muss erstmal Unterkunft, Nahrung, Wasser, tralala. Das sollte meiner Meinung nach Teil davon sein. Man kann auch sagen, ihr findet sofort fette Militärboxen mit Nahrung, das Thema hat vergessen. Aber ich finde, das gehört halt so ein bisschen dazu, sich mit dem Problem auszusetzen. Dann klar, was geht auf der Insel ab? Erkundung. Und dann, wie komme ich weg? Flucht. Also man hat zum Beispiel gesehen, was hier so hellgrau ist. Das wurde erkundet. Das heißt, die Tiger haben sich getroffen. Von dem Usuludorf wussten sie nur, weil sie Rauch gesehen haben. Oder sind sie nicht hin? Die alten Feiglinge. Das Waffenlager haben sie gefunden. Aber die Tropfsteinhöhle mit dem Erderdermannter haben sie auch nicht gefunden. Davon wussten sie aber auch nicht. Deswegen konnte, unter dem Thema eben, es hinterher nicht so dieses schale Gefühl von, da wäre noch was cooles gewesen. Hätte ich jetzt gesagt, da liegt irgendwie ein Weg aus Kristallen und sieht irgendwie interessant aus, dann wären die vielleicht gleich auf das Schiff gegangen zum Schluss. Aber so, jetzt war für mein Gefühl, schleiter Gefühl, war die Sache rund abgeschlossen. Es war klar, dass es nur ein Viewshot war. Vielleicht kommt man irgendwann mal wieder zurück. Also schauen wir mal. Es gibt noch keine Fragen aus. Also gar gut erleblich. Der Manishot wäre dann quasi die nächste Stufe. Also man sagt, es soll nicht ganz kurz werden, aber auch nicht super ewig. Manishot bezeichne ich jetzt als klassisches DSA-Abenteuer. Wenn man jetzt nicht Gruppen hat, die 15 Rücken spielen, bevor der Plot losgeht, das ist klar. Aber irgendwas so zwischen fünf und zwanzig. Und zwar in einem Abenteuer. Warum? Ich finde es super gut, ich genieße das. Das ist ja ein Abenteuer, dann fangen wir ja schnell. Wir wollen das zwischendrin spielen. Zwischen zwei Kampagnen. Zwei Jahre später. Zwei Jahre später. Jetzt müssen wir, wie groß die Kampagnen danach werden. Ich weiß nicht, was du willst. Ich habe Angst. In Relation dazu, von den Daten von eben, ein bisschen mehr Einführungsphase. Ich habe jetzt einfach mal als Pi mal Daumen Wert genommen von der ersten Spielsetzung. Angenommen, weil wenn ich dort geht, irgendwas zwischen fünf und fünfzehn Spielsetzungen. Sollte man sich dann wirklich schon von der ersten Spielsetzung einen großen Zeitpunkt nehmen. Weil mit den Quarantäern spielt man ja länger. Die sollte man wirken lassen. Da sollte ein Gefühl dafür da sein. Nicht der Region spielt bei den Nummer fünfzehn Krieger, der aufhaut. Oder es ist der Herr von, den der Spieler nicht aussprechen kann. Der ist in 20 Folgen. Das hat aber Antwortfuhren. Also du hast dann einfach ein ganz anderes Gefühl als SL, wie du deine Gruppe bedienen kannst. Weil du mehr als du das auf dem Papier geschrieben siehst, sondern auch wirklich das Spielregnis hattest. Aber als Mitspieler hast du halt einfach ein ganz anderes Feeling für die Leute in einer Gruppe. Und erst wenn dieses Feeling vollständig da ist. Das ist so die Grenze, wo der Punkt von Unsicherheit in der Gruppe findet sich und homogenes Rollenspielen geht los. Das merkt man immer sofort. Man merkt aber auch, weil es passiert dann sehr häufig, wenn die Gruppendynamik absolut perfekt ist. Kann ja auch sein, dass man sagt, ja, ich bin okay von der Konstellation. Und man sagt, boah, dass es dann aus einem Few-Shot und Many-Shot wird. Weil man dann merkt, dieser One-Shot, der war jetzt echt klasse. Wir würden ja gerne mal mehr machen. Dann können wir sein Landtörer machen und dann gerne aus dem Many-Shot auf einmal. Hey, das ist ja noch geiler. Jetzt habe ich ja richtig gut im Many-Shot. Weil das ist ja auch okay. Man kann ja aus wenigen NSCs und flacheren Charakteren tiefere bauen. Das ist nicht das Problem. Und genau da sind wir beim Thema Gruppenvertrag. Wenn man sagt, ja, okay, das sind Leute, mit denen haben wir erst selten gespielt. Oder die kennen dich nur aus dem Discord oder was auch immer. Ich will erst mal so ein bisschen was probieren. Und wenn du dann merkst, hey, die Chemie stimmt. Ja klar, go for it. Man kann ja nachträglich die Titel auf YouTube editieren. Weder wichtig sind immer ungerade Zahl. Das ist richtig ungerade, aber am besten Primzahl. Ganz genau. Das Titel macht. Sieben auf einen Streich. Ja, gut. Und dementsprechend kaskadieren dann aufwärts mehr Schlüsselzähnen, mehr NSCs und natürlich mehr Points of Interest. Weil man halt einfach sich so zusammengecommittelt hat. Man will länger zusammenspielen, dann kann man auch mehr vorzuteilen und behandeln. Und zwar habe ich festgestellt, dass wenn ich jetzt ein Review oder ein Many-Shot mache, aber auch ein One-Shot, dass ich den Plot immer an den vakantesten NSC hängen muss. Weil wenn ich den Plot habe, und das ist so 0-15 NSC, der halt nicht wirklich aus der Masse heraus spielt, und wenn wir dann das sein Verhalten oder sein Aussehen oder seine Sprache, dann finden die Spieler den total langweilig, wenn daneben der quirkige alte Mann, der halt über seine Schüssel, der halt keine Ahnung, total gaga ist, dann laufen sie zu dem. Und sie werden den überhaupt nicht finden. Das heißt, habe ich für mich festgestellt, wenn ich will, dass meine Spieler irgendwie hingehen, dann müsste ich da halt quasi mit so einem Neon fallen. Es muss auch irgendwas Vakantes sein. Das ist halt genau der Punkt. Hast du feste Trigger-Points, die du vorher vorgelegt hast? Oder hast du, ich weiß, man wird das nicht mehr hören können, aber ich muss wieder Frank zitieren? Wo er sagte, er hatte diese Sandy, die eigentlich vorher Irene heißen sollte, wie Slur, nur so eine Nebenrolle, aber durch das Anspielen wurde mir so wichtig und zum Schluss wurde ja quasi ein eigener Plot um sie, durch das viele Anspielen und genauso. Also mache ich es bei mir eigentlich bei fast allen NSCs, weil ich weiß, ich habe Plot A, Schatz finden, der soll von einem alten Schamanen, ja die Spieler spielen ihn aber nicht an, zwei, drei, vier, zwölf Sessions, ja dann kriegt es halt den Plot A auf, fangen jemand anderes. Und wenn ich dann weiß, sie haben das vermittelt bekommen, dann sagen die Spieler, Boah, Schatz ist so oldschool, keine Lust, wir wollen einen Tag bei Handführer schreiben. Nein, dann mach das. Also versuchen würde ich es auf jeden Fall, aber wo ich halt davon abgehe, ist halt, es muss dieser eine NSC sein, der das Ding überbringt, weil er der alte Goldprecher war. Aber hey, das ist auch wieder krassisch für mich geworden. Und vielleicht mal lernen Sie uns ein, denken bei Kaufabenteuern, wenn man jetzt halt sich selber keiner ausdehnt, sondern man sagt Kauf. Ich habe die Erfahrung gemacht, egal welchen Settel, es gibt unglaublich viele NSCs, die total wichtig sind, die völlig farblos sind. Ja. Die werden dir halt so aufs Auge gequetscht, so, das ist der, das war's. Und du denkst dir, warum? Soll das Abenteuer schreiben. Das ist halt so irgendein Boden, der aber dann irgendwie durch deine Sponte total cool wird, und dann stehst du halt da. Ja. 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 Man wollte sich eigentlich nie sklavisch an die Buche des CS halten, was aber gerade viele SL-Neuanschreiber halt machen als Sicherheit, sondern wenn die Gruppe selber unerfahren, das klappt das relativ gut, aber wenn du halt ein Mix aus Erfahrung und Unerfahren hast, kann das sehr schnell ein bisschen blöd werden. Da muss man halt einfach dann, oder sich dann direkt als Meister dann auch die Möglichkeit haben, oder auch dann sagen, Feedback holt von den Spielern, wirklich Feedback. Fandet ihr das so okay? Soll ich was ändern? Wie findet ihr die Leute? Oder auch, was jemand macht, um mal eine Umfrage zu machen nach der Zeit, nach der Zeit, wann hab ich das gemacht, nach der Sitzung oder so. Welche NSCs findet ihr am spannendsten, wenn die wiederkehren? Und daraus hab ich damals dann viel bezogen, weil die Spieler immer gesagt haben, boah, der war total langweilig, oder der war super, oder so. Dann kann man darauf dann nochmal Nachrichten sich eingeben. Ja. Ja. Klapp der Kaufabenteuer. Nein. Ist halt so. Ja. Wie gesagt, schreibt ein Abenteuer und ich glaub, das wird einkommen. Danke. Ja. Bitte. Ich hatte eben nochmal was von wenigen Point of Interest geschrieben. Was ich nicht explizit erwähnt hab, das denke ich gerade bei Few Shots und bei wenigen Point of Interest, dass man eigentlich nur die Möglichkeit hat einer linearen Abfolge. Dass man diese Punkte wirklich, ja, ausschließend bin ich auf keinen Fall, je nachdem wie das Abenteuer aufgebaut ist, und dass sich die von der Reihenfolge her abwechseln können. Man muss erst den Schlüssel finden, bevor man die Prinzessin retten kann, oder erst den Drachen töten, wo man die Prinzessin retten kann und so weiter. Ich hab das jetzt mal alles um einen. Bitte. Bitte. Oder die Prinzessin töten und den Drachen. Wenn du auf Drachen stehst. Klar. Das ist ein episches Bound. Whatever. Plot's about. Plot's about. Das ist ganz genau. Ich hab jetzt mal von einem Many-Shot-Abenteuer, das war schon immer Many-Shot-Definition, das waren 20, glaube ich, vorher gespielt haben, genau so eine Plot-Sequenz mal aufgemacht. Einfach, dass man Ideen bekommt, wie man sich sowas aufmalt. Leute sagen, okay, Plot, das müssen jetzt zwei Seiten runtergeschriebener Text sein. Aber sich in einer leitenden, leitenden Situation, SL-Situation, dann, also mir fällt das schwer, durch handgeschriebenen Text durchzuhangeln, wo bin ich jetzt? Ich brauche eher, oder kann besser mit Grafiken arbeiten. Und hier wüsste ich dann, okay, ich hab so eine Art Moderator-Karte zu jedem dieser Timeline-Punkte, was sind die NSCs, was sind die Events und fertig. Aber im Idealfall sollen die in dem, wie sieht man das da durch jeden? Einfachhaupt? Ja. Am besten sollen die in irgendeiner zeitlichen Reihe abfolgen, also im Fall von Adler-Banner, es muss erst das Siegel irgendwie gestohlen werden, bevor man es später beim Finale von Donfredo zurückholen kann. Dann, was sich bei uns eine Zeit mit Spielen entwickelt hat, ist, wenn man mehr als drei NSCs irgendwie mit dabei hat, die auch eine gewisse Wichtigkeit haben und Interaktionen, wo man dann das mal ein Beziehungsnetzwerk aufmalt. Also, welche Verbindungen haben Spieler zu NSCs? Welche Verbindungen haben NSCs untereinander? Zu welchen Fraktionen gehören NSCs und welche Verbindungen haben diese Fraktionen? Und dann, gerade wenn ihr Polit-Themen habt, also wie jetzt Adler-Banner bei DSA oder bei L5R, wo es Clans gibt, die sich vielleicht mögen oder nicht mögen, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreiches Thema, dass man dann auf einen Blick den Überblick oder behält, oder wenn ein neuer NSC reinkommt, dass man die schnell irgendwo zuordnen kann. Grundlegende Fragen, um so ein Netzwerk aufzubauen, welcher NSC kennt einen SC und woher? Welcher SC kann welchen NSC beeinflussen und umgekehrt? Das ist für mich immer eine sehr unterschätzte Frage, weil typische Fantasy-Setting, da ist ein Barkeeper, bei der drittes gebe ich Geld, wenn er mit rumkommt, haue ich rum. Aber wie kann denn der Barkeeper den Spieler beeinflussen? Indem der Spieler dann sagt, ich habe kein Geld, also du kriegst halt nichts oder du kannst auf der Straße schlafen und so weiter und so fort. Damit kann man ja auch einen gewissen Reiz und Druck auf die Spieler aufbauen, indem die NSCs nicht immer alles das machen, was sie wollen. Und was für eine Auswirkung hat das auf andere NSCs von einem NSC schon mal nicht gemacht? Also der Wert, der Informationsfluss, der um diese NSCs als Blase quasi drum herum hält, ist sehr schnell sehr hoch und meiner Meinung nach kriegt man das dann wirklich nur sinnvoll schnell zusammengebracht, wenn man es irgendwie grafisch darstellen kann. Themisch hatte ich genau. Sowas habe ich mal für Adlerbanner versucht. Gibt es einmal, gut jetzt bei unserer Ausbringung gab es doch die Fraktion DBA dazu, weil einer der Spieler einen DBA Agent war. Es gab Leute aus Winsalt, ich habe sie mal grob darunter die Antagonisten genannt, also wer war Gegner. Eine Szene war Schloss Baliri, wer war da anwesend und die Brabaker Gesandtschaft, also Gäste aus Prawak in Baliri, was hatten die damit zu tun? Seht ihr hier in der Mitte die drei, das waren die Spieler und der Rest waren halt alles NSC drum herum. Ich habe da nochmal gekennzeichnet, NSCs vorgegeben aus dem Abenteuer und NSCs, die ich jetzt zu erfunden hatte, die haben ein Sternchen dran. Ich habe es dann einfach so gelöst, dass, wie gesagt, man kann es nicht so gut lesen, hier die drei Pfeile untereinander zu NSCs, als Freunde, vorher bekannt, wie da von den Adlern das Vorgesetzte von Almaldo, also immer, da wo der Pfeil hingeht, dazu stimmt das Wort. Habt ihr Alternativvorschläge oder schon mal andere Netzwerke gesehen, die es anders darstellen, als, ich sag mal, das jetzt ein bisschen wie eine verkappte Mindset? Ich bin für meinen Wechsel bei OneShot, der jetzt eine Kampagne geworden ist, bin ich tatsächlich so drangegangen, ich habe ein komplettes Dorffeuer entwickelt und den Spielern dann eine Liste von NSCs und Kurzbeschreibungen vorgesetzt und habe gesagt, okay, ich möchte, dass sie mir sagt, mit wem ihr im Dorf gut zurechtkommt, mit wem ihr aufgrund der Beschreibung nicht gut zurechtkommt, wem ihr was schuldet, wer euch was schuldet und wo vielleicht andere Interessen noch vorhanden sind und habe dann quasi darüber, ja, die NSCs im Dorf so ein bisschen gewichtet. Das war dann ganz lustig, weil wir hatten einen sehr neutralen Charakter und dann einer, der eher auf der einen Fraktion des Dorfes war auf der anderen, auf der anderen Fraktion bedeutet. Die haben so genau das Wort eine Dreiergenenthe gebildet. So habe ich das quasi gelöst damals mit den Beziehungen inzwischen. Das handelt dann natürlich auch, wie die NSCs auf die Spieler reagieren, weil wenn der dann sagt, ich komme mit dem nicht nur klar, dann wird der NSC halt ein bisschen frustig reagieren und dann sagt, komm, wird irgendwas von ihm bitten. Und diese, ich sag mal, Vorgaben hast du gemacht, weil du vorher einen OneShot geplant hattest und da nicht so viel Introduction Time reinsetzen wolltest. Weil wenn du es von vornherein als Kampagne geschlagen hättest, hättest du dann trotzdem so gemacht, dass du die Karten ausgetan hättest oder hättest du gesagt, nee, dann hätte ich lieber die Spieler die NSCs wirklich kennenlernen lassen. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Wenn das von vornherein eine Kampagne gewesen wäre, dann hätte ich ihnen weniger Informationen am Anfang bei der NSC gegeben. Gerade bei denen, wo sie mir gesagt haben, die kenne ich schon länger, haben sie dann zusätzliche Informationen bekommen, dass die halt zum Beispiel nur über eine längere Freundschaft oder den NSC herausfinden oder nicht. Oder halt auch eventuell über einen ihrer Spielercharaktere, mit dem sie dann halt mit dem anderen interagieren. Das ist ein sehr, sehr schöner, ergänzender Ansatz. Also wenn man meine Folie sieht, ich habe ja gesagt, nicht so viele NSCs und so weiter, aber wenn du natürlich, ich sag mal, eine Vorgleichung einbaust und sagst, na, ich gebe denen halt schon Vorinformationen, weil die wohnen ja im Dorf, klar kennen die die Leute. Setzt jetzt für mich natürlich auch Spieler voraus, die nicht ganz neu in dem System sind, nicht ganz neue Rollenspieler sind, die halt so ein bisschen Vorbildungen haben. Aber ein super schöner Ansatz wieder. Ich habe halt auch noch Bilder dazu gefügt. Ich habe mir so Bilder rausgesucht, die dem Aussehen der Charaktere ungefähr entgegenkommen. Weil Bilder sind ja auch nochmal ein sehr guter Transport von Informationen, die man halt nicht schriftlich weitergeben kann. Dass sie halt auch eine Vorstellung haben, mit wem sie dann quasi reden, ohne dass ich jetzt am Anfang von jedem wirklich einzeln beschreiben muss oder mehr so die Wirkung der einzelnen NSCs, wie ich ja aussehen beschreibe. Ich glaube, es ist halt auch immer super, wenn man wirklich von den Spielern Hintergrund bekommt. Weil dann kann man da einzelne NSCs entweder hinzu erfinden oder wenn man dann was vorgegeben hat, sagen, hey, das würde bei jemandem nicht auch passen, dann ist der halt für den das und das. Und das macht es dann einfacher, wenn die Spieler sofort eine Bindung haben. Ob das eine gute ist, ist ja egal. Ja, das ist eine Bindung, ja. Es muss eine emotionale Bindung sein, ob sie gut, schlecht. Ist ja auch egal, ob das vielleicht im Klartierenswertung, weiß, es dauert drei, vier, fünf Atmen. Muss ja nicht im Ersten sein, aber wenn du weißt, der taucht in der nächsten Stadt auf, der Typ, weil die da hingehen. Dann kannst du dich schon mal so ein bisschen dahin legen oder sie können ihn retten. Oder es ist eine Schwierigkeit oder entschuldigt ihm was, dann kann man dann ein besseres Beflecht führen. Ja, natürlich. Aber das ist halt so, die DSA ist halt so zusätzlich zum Beispiel von Erschlagen von NSCs. Ja, klar. Und das geht noch. Ja, vor allem, es waren, also wie du schon eben sagtest, es waren Erschlagen von NSCs, aber die waren halt auch nicht lebendig ausgearbeitet. Also da muss ich sagen, da stand viel dabei teilweise, aber das hat jetzt für mich keine Emotionen transportiert. Ohne groß zu spoilern, es gibt hier einen G7-Magier-Konvent, wo ungefähr 36 NSCs vorkommen und nochmal etwa 40 weitere nicht genannt sind, aber theoretisch auch so. Weil parallel findet auch ein Geweidenraum-Kladen statt. Und das zu welcher Zeit in derselben Stadt. Und wenn du Magier, Normaler und Gewalt in der Gruppe hast, dann ist es verpflichtend, dass die Gewalten da ein Gegenmarkt der Art und die, die weder bei den Mann noch bei den Rändern sein dürfen, die dürfen nur für Spiele netter werden. Mhm. Es ist halt so, dann reden die mit dem und dem, und der mit dem und dem reden, weil der da und da gemütet ist oder da was von möchte, und der gehört zu der Akademie und der ist in der Gilde und der… Ja, weiß ich auch, was ich vorher einstellen kann. Ich hab's dann irgendwie nach noch 15 Begräßungen, die einfach überpräsent sind durch ihre Art. Du hast dann hinten drin eine Tabelle, wo mir eine sechseitige Tabelle mit dem NSCs, wo man steht, der sieht so aus, das ist das Kernfall, Punkt. Danke. Irgendwann hast du keine Stimmen mehr, um die alle darzustellen. Das ist halt irgendwann passend. Das ist halt irgendwann passend nicht. So viel hab ich auch nicht. Gut, aber ja, definitiv. Haben wir gut auf den Punkt gefahren. Gut. Ja. Bereich Kampagne ist natürlich dann nochmal, wie die Fehler sagte, man baut was aus was klein, eine große Kampagne oder man sagt, nee, ich weiß, es wird eine Kampagne. Ich weiß, es wird ein großes Ding. Ich weiß, es werden viele NSCs. Ich hab den Spieler gesagt, die sollen sich super ausarbeiten und dann baue ich meine NSCs und baue den Plot. Und die Spieler sagen, das fühlt sich irgendwie seltsam an. Irgendwas stimmt nicht. Warum? Weil der SL mit den Spielern vorher nicht geredet hat. Wenn ich einen Plot plane, muss ich den mit den Spielern zusammen planen. Oder ich weiß, es wird die G7, das Ding ist fertig geschrieben. Ihr wisst alle, auf was ihr euch einlasst. Dann ist das in Ordnung. Oder nicht und lasst euch überraschen. Ja. Cool. Ja. Was für mich bei der Kampagne extrem wichtig ist, weil Kampagne heißt lange zusammenspielen, sehr intensive Spielsituationen. Auch mal, was man nicht so oft sieht, aber wenn man das sieht, finde ich immer sehr, sehr gut. Sieht komplexe Streitfälle unter den Spielern oder mit NSCs. Das sind Sachen, die geben dem Spiel für meinen Fall erst wirklich richtige Menschlichkeit. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn die Charaktere wirklich ausführlich vorgestellt wurden. Ausführlich mit, sie haben Probleme, sie haben vielleicht Süchte, aber sie haben auch Freuden. Also die ganze menschliche Spektrum an Gefühlen schon in der Vorstellung, zumindest teilweise mit reingebaut wurde. Oder ich sag mal, so irgendwie im Plot vorher mit eingebaut wurde, bevor es wirklich an die komplexen Probleme geht. Weil meiner Meinung nach kann man wirklich komplexe Probleme in einem komplexen Sozialverhalten in der Gruppe nur lösen, wenn das Sozialverhalten bekannt ist. Ich meine, die anzylvanischen Chroniken, und das ist ja auch so ein Ding, wo ich geguckt habe, okay, startet 1198 und endet 1998. Du spielst da natürlich nach acht Jahrhundert her. Ja, schon Zeit, ne? Ich meine, da gibt es viele Zeitsprünge, das ist ja immer ein bisschen doof, aber du kannst natürlich so eine Strecke nicht verlieren. Dann funzt dich, dann bist du ja ein Historiker, ich helfe dir. Wenn du in fünf Jahren fängst. Und dann würde ich es dann so machen, immerhin in den Zeitsprünge, welche historischen Ereignisse stattfanden, und wie können die Spieler da mitgewirkt haben, womit da überhaupt was passiert. Oder wenn ihr einen Trainer habt, wie ich finde, sie sind total Speise, den legen wir jetzt gemeinschaftlich um. Okay, cool. Und bei der G7 hat man halt stark das Problem, entweder sieht man halt die G7 oder generell Kampagnen in fortlaufenden Flusssystemen als starres Gerüst an und man konzentriert sich dann darauf, oder wenn das Problem dann anfängt, willst du danach theoretisch weitermachen mit der Welt, müssen die Spieler an manchen Stellen theoretisch gegängelt werden. Weil dann siehst, der erinnert sich nicht, das mega Arschloch, muss die Kampagne überleben. Egal was die Spieler machen, er muss die Kampagne überleben, weil er später noch gebraucht wird. Und dann hat es eine mega Idee von den Spielern, diesen Typ umzulegen und du müsstest sagen, cool aber, glatt nicht, weil in solchen Fällen kommen dann viele ins Rotieren, ich auch, nur ganz klar, aber ne, wirklich, freie Kultur, ne, und ich denke, ja gut, dann ist er halt box, dann dreht sich die Welt dann halt anders. Ja? Ja. Das fällt ja natürlich. Feder, du willst noch eine Frage stellen oder was? Ja, die passt hier nicht rein, ich schau mal, ob es noch auftaucht, wenn es sonst ständig ist. Hast du Schlagwort, oder kann ich sagen, ob es auftaucht? Ähm, wenn Spieler sich nie davon schreiben, aber den ignorieren. Okay, wir machen das ganz einfach, weil ich habe es am Anfang vergessen, wir machen eine Fragenbox. und wenn die Fragen im Workshop nicht antworten. Hast du Papier dafür? Hast du Papier dafür? Nö. Ist doch zu spät. Hat jemand Fragen hinterher dazu? Die auch hinterher dazu. Okay. Für sie geht das denn? Ihre eigene Hintergründe, ne? Ja, eigene Hintergründe. Manche sind nicht öfter, manche auch, aber noch einmal. Weil, das ist das, es gibt ja immer wieder so Charaktere, die sich hinterher, beziehungsweise Spieler, die sich einen gewissen Hintergrund schreiten, um halt gewisse Vor- oder Nachteile für sich zu verbuchen. Eventuell geht es dabei hauptsächlich um eventuelle Freebies oder Abenteuerpunkte, die gefarmt werden müssen, um halt den einen Vorteil oder die spezielle Fähigkeit zu bekommen. Aber dann halt diesen geschriebenen Hintergrund im Endeffekt komplett ignorieren, egal wie oft man sie mit der Nase quasi drauf spürst. Oder halt den entsprechenden Nachteilen nicht ausspielen. Also ich sehe das genauso wie du, dass halt in einer Kampagne die Leute Zeit brauchen, um halt sich dem einen aneinander zu gewöhnen, weil man freisitzig lieb mit einer Person, die man nicht kennt. Ja, richtig. Das heißt, eine emotionale Schwelle, egal ob man vom Bildschirm sitzt oder am Tisch. Man muss die Leute ein bisschen kennen und einschätzen können, um sich halt mit denen zu zoffen. Das lernt man halt mit der Zeit über die verschiedenen Runden und dann kann man die auch anpacken oder anschreien oder Klappen. Von der Klinikschutz hin. Und dann macht man halt mehr Scheiße, wenn man die Leute besser kennt. Aber am Anfang, wie gesagt, wenn es dann als Spieler gibt, die halt was im Hintergrund haben, und das immer mal wieder so, aber nur dann halt, wenn es einen Pass draus holt. Aber ich habe ja. Aber das ist halt keine Konsequenzen. Das ist ein Vorteil, bringt du keinen Nachteil. Genau. Also über Nachteile und nicht nachdenken. Und das wäre meine Frage dann zum Effekt. Wie gehst du zum Beispiel an? Aber es ändert jetzt nicht rein. Können Sie gerne als Frage mit drauf nehmen, können Sie nachher besprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr gerne. Da habe ich sehr viele Symmetrosen. Ja. Gut. Also, um das nochmal auf einen Punkt zu bringen. Wenn ihr eine große, komplexe Kampagne ausarbeitet, nehmt die Spieler mit ins Boot. Nur dann wird es wirklich rund und gut. Der letzte Satz bringt eigentlich alles auf einen Punkt. Geht auf die Wünsche der Spieler ein. Wenn denn? Ja? Das ist auch so. Gerade bei Kampagnen, und wie steht da komplexe NSCs mit Wünschen, Ängsten und Mittellessen. Das ist unglaublich anstrengend. Ja? Also, man muss immer einen hinter Kopf haben, wenn die Spieler mit dem NSC trainieren. Was will der eigentlich? Was ist sein Ziel? Wie geht es dem gerade? Oder ähnliches. Gerade wenn man viele NSCs hat, die mit den Spielern verbunden sind, das ist unglaublich anstrengend. Und da hat sich am Anfang echt Panik vor. Weil da war es mir immer lieber, ich habe lieber nur drei NSCs, so ein totes Dorf, sage ich mal. Das heißt, dass ich mich dann auf die konzentrieren kann. Wo ich halt einfach nur sagen kann, das kommt mit der Übung. Da braucht man nicht Angst. Man sollte Angst auf Respekt haben, weil es ist wirklich anstrengend, es ist Arbeit. SL ist auch spielend, aber es ist auch Arbeit. Aber man kann sich die Herausforderung stellen und jeder findet da seinen eigenen Weg damit umzugehen. Sei es jetzt eine Tabelle, wo halt alles auf einem Blick drin steht oder jeder einen eigenen Charakter buchen. Man findet da seine Spielhilfe. Man sollte nicht Angst davor haben, sich dieser lebendigen Umwelt zu stellen. Für mich ist da auch mit Schlüsselinformation unschwer, dass die Spielwilder wirklich erst lebendig wird, wenn es mindestens ein paar dieser NSCs gibt. Wenn die NSCs alle Alrik heißen und alle ein Langschwert tragen und alle ein Kettenhemd, das ist halt nicht real. Weil es fühlt sich so nach 050 an. Das ist, was man gerade kampangenmäßig überlegen soll. Welcher Art oder welchen Erfahrungsgrad, ganz doof gesagt, sollen die Charaktere von den Spielern eigentlich nicht haben? Das macht einen Unterschied. Da kommen wir später drauf. Na klar. Also ich habe es als Schwierigkeitsgrad mit drin, aber das ist jetzt nicht nur wirklich, wie stark sind die Monster, sondern hat auch andere Sachen mit. Da kann ich gerne nochmal Beispiele bringen. Hier haben wir mal zum Thema Kampagnenplot, das Beziehungsnetzwerk eines SC-Hintergrundes für einen Kampagnen-Lehrspieler. Und das ist jetzt quasi nur der persönliche. Also hier ist die Hauptfigur, Vater, Mutter, Vater, Geschwister, hier noch ein paar Geschwister, hier ein paar Interessen, die mit reinkommen und das ist Verwandtschaft zu anderen SCs. Dass man halt zumindestens dem Meister so viel Futter mitgibt, also ganz kurz jetzt, das ist L5R, kennt das Setting immer gar nicht? Feudales Japan. Der Mann ist der Boss, in dem Fall war der Vater der Familie Daimyo, also der Familienchef, Hauptmann, so Hauptling, wie auch immer. Ich hatte ein paar Schwestern, wo du denkst, ja, das ist einfach ein Arsch. Wir werden schon irgendwie spielen. Sie so, warte mal, lass mich mal überlegen. Der könnte deiner Mutter, während sie schwanger war, irgendeinen Dämonenfunken eingepflanzt haben. Aha, erzähl weiter! Läuft! Läuft! Ja! Läuft! 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 Das ist nicht viel facile.